Herzlich willkommen bei TEPCO. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie bei uns einen Sisal-Teppich mit frei wählbarer Bordüre konfigurieren können. Dazu wählen Sie zunächst in der Übersicht das Produkt aus, das Ihnen gefällt und klicken zum Produkt. Im ersten Schritt müssen Sie sich jetzt für die Teppichform entscheiden, die Sie haben möchten. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, den Teppich rechteckig oder rund fertigen zu lassen. Im zweiten Schritt wählen Sie nun, ob Sie den Teppich mit einer Baumwollbordüre genäht haben möchten oder lediglich gekettelt. Nun kommen wir zu den Größen. Sie können sich entweder für eine der von uns vorgegebenen Größen entscheiden oder auch ein Wunschmaß erstellen lassen. Dafür drücken Sie in diesem Fall auf das Wunschmaß-Symbol mit der Schere. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, ob man den Teppich mit oder ohne Fleckenschutz bekommen möchte. Wie Sie sehen können, ist nun ein großer roter Knopf erschienen, auf dem Wunschmaß Wählen steht, auf den Sie jetzt bitte klicken. In diesem Schritt sehen Sie nun zwei Felder, eines für die Breite und eines für die Länge. Sie können nun Ihre Wunschbreite und Ihre Wunschlänge in die Felder eintragen. Im nächsten Schritt wählen Sie Ihre Bordüre aus. Hierzu haben Sie eine große Auswahl an verschiedenen Farben. Wenn Sie eine der Farben anklicken, werden Sie im Bild links eine Vorschau zu Ihrer Bordüre in Kombination mit Ihrer Sisalfarbe sehen können. Nun hat Ihnen das System auch gleich den Preis für Ihren Wunschmaß-Teppich ausgerechnet. Sie können diesen jetzt in den Warenkorb legen und werden nach Klick auf diesen Button sofort in den Warenkorb gelenkt. Dort haben Sie nun die Möglichkeit, entweder zur Kasse zu gehen und den Teppich zu kaufen und zu bezahlen oder Sie klicken auf Weiter einkaufen, um eventuell weitere Produkte in den Warenkorb zu legen. Wir danken Ihnen nun für Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Teppich von TEPCO.de Warenkorb 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 Warenkorb